hey yo was geht ab leute nixplay hier und willkommen zum dritten teil von tipps und tricks und epic moment mit jeder legende heute ist mal bangalore dran und ja was soll ich dazu groß sagen auf jeden fall die 1 fähigkeit dieser rauch das ist finde ich das entscheidende beim bangalore es ist ganz praktisch immer mal zum wiederbeleben dann ist es richtig geil wenn man ein goldenes visier hat und ja die ulti finde ich jetzt nicht ganz so krass ist halt standard haben weiß ich nicht drei oder vier verschiedene legenden haben ja diese ulti ist jetzt nicht bei jedem ist das irgendwie anders unterschiedlich aber bei allen ist es relativ ähnlich also 3 4 legenden haben diese ulti und die finde ich ist nicht ganz so meins also ich habe damit noch nicht so viel gerissen ich weiß nicht ob ich damit jemals einen kill geholt habe aber mit diesem rauch das ist ganz geil vor allem wenn man das goldenes visier hat ist das sowas von geil da kann man extra sogar noch wenn die gegner kommen macht man einfach macht man einfach rauchen wenn die gegner ein bisschen weiter weg sind oder halt ein bisschen näher sind es eigentlich scheiß egal und du weißt du hast goldenes visier gut jetzt mal schluss knallig rauchen dann ich lese die mich vielleicht nicht weil sie keins haben das ist geil das ist man kann gut taktische züge machen mit bengalow und ja wie gesagt auch zum reviven ist das richtig geil ach so und fast vergessen habe ich also wenn man angeschossen wird das ist das allergeilste finde ich am bengalow das habe ich jetzt noch vergessen also dass wenn man angeschossen wird dass man dann noch mal extra so ein geschwindigkeitsbuß kriegt das ist wirklich das geilste das ist wirklich so die geilste passive fähigkeit die ich die mir gerade einfällt die ist zwar bei der wave auch ganz geil aber wenn bengalow ist die finde ich am allergeilsten es gibt keine bessere passive fähigkeit als diese meiner meinung nach dass man wenn man der angeschossen hat oder jemand in eine richtung schießt dass du denn sowas wie geschwindigkeitsbuß kriegst du noch mal absolut schnell bist und dann übelst schnell läuft das ist übrigens geil also wirklich außer jetzt noch fast vergessen zu sagen und ja das war soweit eigentlich auch schon bis zu sagen habe und ja da können wir jetzt eigentlich auch schon direkt zum zum epic moments kommen und ja wünsche ich noch viel spaß mit dem video wenn es dir gefällt dann lasst doch gerne ein like das würde mich auf jeden fall sehr freuen und ja dann wünsche ich euch noch sehr viel spaß mit dem video ja hier ist einer geöffnet ist der eine wieder übel low bengalow ist übel one shot er hat einen niedergeschlagen einer dauern einer dauern der will beviven noch einer dauern aber der eine ist wieder wie weist ja alle dauern man weiß alter hier bei mir sind sie klaus bengalow wo ist jetzt hier noch wer noch einer dauern leckste lo ja danke Ich höre die Steps Ich glaube es ist auch einer, oder? Ich geh mal hier hoch Hab den? Nein Ach, bei dem ist noch einer Oh mein AIM, mein... So ist nicht gleich Was ist hier los? Das ist gleich... Ey, egal Ich kann mir einfach wieder runter Ich hatte einen guten Hütte Glück Nice Oh ja, mach mal Nein, die Dumm Oh... Sechs Kills, mein, läuft Ja, hier steppen sie irgendwo Da Die fighten hier auch noch Ich geh rein Einer down Noch einer down, alter, das mach ich ja Ich komme Der ist übel One shot Brave Kommt doch schon eine andere, da Ja da Ja, da ist schon wieder kein Schild mehr Ja, nice, hab alle 8 Kills, man Nice, man Wo? Hab den Komm, ey Komm, ey Achtung Bei uns Eine Überkassierte Hilfe Ein bisschen helfen musst du schon T-Mate, ne Also Äh Nicht du Ich mein den anderen Cool, wie lau ich bin Ach man, wo denn Hilfe, hab hier einen Hörs Da oben, ja Die Happen Alter, der kassiert, mein Die kommen noch mehr hoch, glaub ich Ja, danke Ich geh runter Was, wo? Ach hier, hab den Oh nein, hier Oh nein, ich hasse diese Waffe, die er hat Da Über uns Nein, du Wechsel, verpiss dich Da über uns ist Öl, slow Ja, down über uns Nein, hier ist der nächste Oh mein Gott, der ist so low Oh mein Gott, der ist so low Hier der, der ist low Nein Nein Was geht hier auf, mein Wie geht das Ja, hier Doch Oh mein Gott, Digga Dann macht sich los, wenn es geht Ja, ja Hatten Sie Ich treffe nicht, mein Ab Oh Gott, da kommt noch einer hinterm Stein rein Was? Hintern zurück, kommt zurück Hier bei mir, über mir Ach hier Was macht der den, Alter? Hat den Jetzt